recht prall gefülltes video mit ja was haben wir gespielt letzte woche warum ganz einfach wir waren in hamburg und haben freunde besucht und da ging es eigentlich wirklich nur darum zu spielen aber bevor wir nach hamburg fahren waren wir erst mal noch die woche da haben gearbeitet und einen abend haben wir sogar genutzt um mal ja ein das ein oder andere spiel zu spielen viel ist es nicht geworden aber was uns ja als ein bisschen zeit hatten noch in die hände gefallen es ist wie die bar und zwar newbies in town teil sozusagen heißt man kann ihn auch alleine spielen muss aber nicht das zweite spiel was wir zu zweit gespielt haben war masquerade und ja das ist schon schwieriger zu zweit denn eigentlich ist es wirklich ein cooles spiel nämlich von vier bis ich glaube 13 leute oder mindestens elf aber ich glaube es waren 13 super cool so ähnlich wie ja ja nicht wie werwolf ich vergleiche immer ungern es hat schon seine eigene idee und sein eigenes konzept und dennoch ist es für große gruppen wirklich einfach jeder kriegt eine charakterkarte und kann die dann tauschen und sagen ich bin jetzt die hexe und kriegt das einkommen wenn man elf münzen hat hat man gewonnen und so weiter und so weiter also relativ simpel und dennoch sehr cool aber leider zu zweit hat es mich nicht überzeugt muss ich auch dazu sagen es ist wirklich nicht für zwei gedacht einfach man kann es zu zweit spielen haben die regeln reingemacht aber ich denke wenn man so wirklich acht neun leute ist dann macht es richtig spaß und das waren die einzigen beiden spiele die wir zu zweit gespielt haben in der woche und am freitag treffen wir uns sagen mit unseren freunden hier in berlin und ja da haben wir dann eine richtig dickes paket ausgepackt und zwar fireteam zero zu fireteam zero muss man eines sagen es ist ein spiel mit figuren und dennoch sind ich glaube 95 euro 90 95 euro einfach zu heftig der preis ist zu groß für ein spiel das gut ist keine frage aber mehr leider nicht denn es ist ein kooperatives spiel es spielt ich glaube zweiten weltkrieg erste oder zweite weltkrieg und man hat spezialisten und jeder charakter verkörpert halt ein spezialisten den sprengstoff experten den scharf schützen und so weiter und so weiter alles super cool sie müssen auch zusammenarbeiten das auch ist cool leider und das ist das problem nach einem szenario oder setting oder wie auch immer nach zwei drei vier stunden spielspaß spielfreude man muss wirklich eigentlich immer nur die monster abballern und paar naja eigentlich nicht nur also man man hat auch aufträge die man erfüllen muss und das ist halt wieder was das spiel aufwertet also zum beispiel eine schiffschraube finden oder benzin damit man hat die fähre bestücken kann und so weiter und so weiter sehr cool leider geht es aber wirklich darum die die monster auszuschalten man schießt der so ab und sie können wieder reinkommen ins spiel geschehen was natürlich schon ziemlich viel action reinbringt und man auch denkt so krass was machen wir jetzt wohin gehen wir damit die uns nicht erwischen das ist super leider entwickeln sich die charaktere nicht und das ist so schade warum nicht ja also man hat dann wirklich die möglichkeit noch mal so eine oder zwei karten noch mal extra zu bekommen fürs nächste setting liegt aber nicht daran wie gut man gespielt oder dass man es geschafft hat sondern man bekommt automatisch und das ist zu wenig zu wenig für eine charakterentwicklung leider sonst ist es sehr cool macht schon spaß und wer auf so ein setting steht und wer gerne im team ein paar monster abballert ist hier richtig aber der preis ist schon sehr sehr hoch ja und das war auch das einzige was wir haben freitag geschafft haben zu spielen weil es wirklich steht auch drauf ein bis zwei stunden mit regeln und so weiter braucht man schon so seine drei stunden fürs erste szenario und ich glaube zehn sind drin wird mit sicherheit immer schwieriger ich würde es auch gerne noch mal spielen nämlich das zweite szenario weil ich einfach wissen will was kommt da noch ja ich möchte da nicht so war also nicht ein feedback abgeben für alles es ist fürs erste setting war gut den rest entscheidet ihr dann sind wir nach hause gefahren das war auch glaube ich schon ein uhr nachts da habe ich dann auch gesagt so es reicht wir wollten ja nächsten tag nach hamburg haben also nicht wahnsinnig lange ausgeschlafen sind dann aber auch erst gegen eins glaube ich dann in hamburg angekommen und ja nach der einen stunde quatschen glaube ich haben wir uns auf die socken gemacht und wollten ein spiele laden sehen hamburg hat zwei wir wollten uns wenigstens einer gucken und waren beim atlantis und ja sehr cooler spiele laden richtig toll wir haben echt auch wieder einiges eingekauft man muss dazu sagen dieser spiele laden er hat halt wirklich viele viele coole spiele und ja da kann man halt wirklich seine zeit verbraten und einkaufen was das zeug hält anschließend sind wir dann nach hause gefahren zu einem spiel bevor wir essen gegangen sind und das erste spiel was wir dort gespielt haben war schollen rollen hatte ich eigentlich noch nie gesehen war aber sehr lustig in dem man sah immer wieder würfelt würfelt wie man möchte finde ich sowieso immer sehr cool und hat würfel und wenn sie halt fische zeigen dann kann man diese würfel anschließend noch mal würfeln um noch mehr fische zu bekommen ja aber ich habe nicht gewonnen nein ich habe einfach also ich habe zu viel gewollt ist ja häufig so ja aber das war richtig richtig cool und wir haben dann noch eine runde genau dann haben wir noch da muss ich eigentlich nichts mehr zu sagen ich zeige hier oben cabo könnt ihr euch angucken könnt ihr reinklicken euch anschauen wie es funktioniert super cooles spiel kann ich immer nur jedem empfehlen jeder mit dem mit dem wir es auch spielen der sagt für ein 10er kann man da nichts falsch machen es ist einfach ein cooler opener und man kann es auch zu zweit spielen es macht spaß und wir haben bevor wir sogar noch griechisch essen waren dann half pint heroes gespielt ich bin kein stichspiele freund meine freundin hat schon gesagt ich soll bitte ein stichspiel mal erfinden was uns spaß macht schuldigung welche sage stichspiele sind für mich echt so ein graues es war okay ich würde auch noch mal spielen aber es hat mich halt leider wieder nicht so krass abgeholt das liegt einfach daran dass ich echt überlege überlege und ich kann jetzt darüber philosophieren vielleicht mache ich mal ein video über stichspiele was mir daran nicht gefällt und ihr könnt mal richtig runter schreiben warum ihr stichspiele liebt würde mich echt interessieren und vielleicht machen wir dann mal ein eigenes stichspiel so wie ich mir ein stichspiel mal vorstelle das nur im kurzen dazu wir mussten es dann auch beenden also beziehungsweise wir haben es nicht abgebrochen oder so sondern einfach gesagt okay hier cut wir gehen jetzt erstmal griechisch essen sind dann ein bisschen gelaufen durch hamburg und haben dann was gegessen das war richtig gut danach muss man leider sagen griechisch essen bei einem spiele abend vielleicht nicht die beste idee nichts gegen unsere freunde denn das essen war wirklich toll aber man muss so viel aufstoßen und so viel gerüche ertragen und geräusche ich kann es nur empfehlen wenn ihr euch noch nicht kennt und wenn ihr euch trifft nicht griechisch essen gehen so ja und dann wollten sie gerne winter der toten spielen und winter der toten ist ja nun eins unserer lieblingsspiele und dann braucht man auch nichts mehr spielen weil da ist der abend verplant wir haben es kooperativ komplett kooperativ gespielt haben es auch gewonnen ich glaube es war nicht mal wirklich knapp es hat aber super viel spaß gemacht zu winter der toten ist es wirklich ein sehr geniales spiel man muss aber auch sich angucken mit wem man es spielt und wie ich kann immer nur empfehlen wer winter der toten mal mit mit neuen leuten spielt spielt nicht die verräter variante das habe ich auch gemacht aber wenn ihr wisst dass es brettspieler sind dann könnt ihr es vielleicht machen aber ansonsten macht es erstmal im kooperativen modus und beim nächsten mal wenn ihr euch trifft macht dann die verräter variante weil dann wird das spiel richtig cool überfordert keinen es hat genug regeln die man durchblicken muss und im kooperativ modus finde ich es eigentlich schon auch recht knackig ja dann war haben wir auch feierabend gemacht weil es wirklich spät war die fahrt steckte schon in den knochen und wir haben gesagt gut wir schlafen so weit aus wie es geht und werden dann frühstücken und sonntag weiterspielen und das haben wir getan und am sonntag haben wir ja ich wollte unbedingt ein spiel spielen das war als ich mir den schrank da angeguckt habe die ganzen bild also die ganzen spiele im schrank die super cool sortiert waren nach und jetzt kommt nicht nicht wir sortieren ja unsere spiele nach gespielt also das was ihr alles seht ist hier gespielt worden schon mal mehr manchmal mehr als einmal manchmal auch mehr als zehn mal aber auf der anderen seite was ihr nicht seht haben wir ein kleines fach wirklich ein kleines fach wo einige spiele sind die wir noch nicht gespielt haben manche wirklich auch schon ein jahr da liegen unsere freunde aus hamburg die haben das anders die haben das nicht so sortiert sondern die sortieren nach verlagen und ja der rest bleibt mein geheimnis aber eins war ganz wichtig und zwar hatte ich ein spiel gesehen mit diesem kleinen süßen panda und irgendwie war mir in erinnerung dass es alles bambus war aus plastik und ganz ehrlich darauf hatte ich keinen bock aber nachdem sie gesagt haben dass das eis aus holz ist wollte ich mir das angucken weil ich konnte mir einfach nicht vorstellen dass es ein gutes spiel ist keine chance es war mir einfach zu niedlich aber takinoko ist ein hammerspiel hat mir richtig viel spaß gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen das will ich haben es ist gar nicht so einfach und so simpel wie es aussieht es sieht also ich zitiere mal unsere freundin aus hamburg es sieht wie ein mädchenspiel aus ist es aber gar nicht es ist ein sehr taktisches spiel man hat wirklich die möglichkeiten immer wieder neu sich vielleicht karten neue karten zuzulegen damit man sachen erfüllen kann und man hat auch die möglichkeit ein bisschen glückslastig zu spielen wenn schon viele plättchen ausgelegt sind kann man auch die karten ziehen und eventuell damit schon ja etwas fertig spielen und das ist natürlich auch schon ziemlich cool man muss also wirklich taktieren und überlegen was man alles macht und wo man den panda hinschickt damit der bambus fressen kann denn den packt man sich selbst wieder aufs tableau um wieder irgendwelche karten abzuspielen die dann im endeffekt siegpunkte bringen und ganz also leute holt euch dieses spiel ich weiß gar nicht warum es nicht in meiner sammlung ist es ist echt richtig cool ich glaube auch das war mein highlight an diesem wochenende weil es so cool war takinoko schreibt euch das auf guckt euch das an und kauft es echt meine empfehlung sehr sehr cool anschließend haben wir dann jetzt kommt's und jetzt werdet ihr lachen dominion gespielt denn ich muss jetzt eins dazu sagen ich habe noch niemals dominion gespielt warum nicht fragt ihr jetzt keine ahnung wir sind ja nicht so die leute wir beide sind nicht so dass wir die gehypten spiele die tausend jahre existieren eigentlich auch noch spielen warum kann ich nicht sagen aber wir gucken meist nach den neuen sachen die uns irgendwie an lächeln und ja wo wir sagen das ist genau das was wir spielen wollen zu dominion ja was soll ich sagen ich fand's gut viel mehr war es jetzt nicht es ist ein deck bilder ja was mir gut gefallen hat ist dass es eine app gibt und wenn man dominion spielt hat man tausend erweiterungen und hier packs und da promo packs und die kann man halt in dieser app anklicken und dann einfach sagen so jetzt möchte ich spielen und der stellt ein komplettes deck daraus zusammen kann natürlich sein wenn man zehn pakete hat dass man zehn schachteln aufmachen muss und die alle raus suchen muss aber ich finde es das ist eine richtig coole idee also dafür gibt es bei mir zwei daumen hoch anschließend haben wir dann noch mystic whale gespielt eins der spiele wo ich nicht verstehe warum die leute dieses spiel so unterschätzen und es nicht für wirklich gut empfinden mystic whale ist eins meiner lieblingsspiele liegt aber wirklich daran dass man zusammen spielt also obwohl man gegeneinander spielt hat man das gefühl die anderen schauen auch die wollen einen nicht was verbauen sondern überlegen was könnte man kaufen für die punkte um es irgendwo besonders gut reinzupacken und so ein spiel wo man gegeneinander spielt und dennoch miteinander habe ich noch nie erlebt wirklich noch nie und dieses spiel ist eins der besten spiele überhaupt wer mystic whale nicht auf dem plan hat sollte sich das aufschreiben ich weiß die verpackung sieht nicht unbedingt genial aus aber dieses card crafting system ist der oberknaller ein absolut geniales system wo ich mich jedes mal darauf freue eine erweiterung zu machen und ich verspreche euch ich werde dazu noch mal ein video machen dass ihr euch genau anschauen könnt wie funktioniert dieses geniale spiel ja und dann zum schluss wollten wir noch fotosynthese spielen und fotosynthese ist ein sehr geniales spiel aber irgendwie habe ich immer falsch gespielt und das hat mich zum schluss richtig genervt dass auf vier seiten also zwei seiten im grunde vier auf der anleitung so ich weiß es nicht ich kann es gar nicht in worte beschreiben es hat mich einfach genervt dass wir das so oft so falsch gespielt haben und ja nichtsdestotrotz da habe ich auch total verloren wahrscheinlich weil ich mich so aufgeregt habe und weil ich dann ständig in die nach in diesen in der bedingungserleitung geguckt habe und gesagt habe es kann doch nicht sein da ich es so häufig falsch gespielt habe ein rat an euch allen wenn ihr ein spiel spielt dann lest danach noch mal die regeln und guckt noch mal rein ob ihr auch das spiel richtig gespielt habt denn wir haben es wieder zu schwierig gespielt wie so häufig ich habe den eindruck wir spielen immer schwieriger als das spiel eigentlich ist und dadurch haben wir auch den spiel spaß obwohl wir es gut finden ganz schön reduziert unsere freunde fand es super obwohl wir es falsch ich glaube dann wieder falsch gespielt haben und da muss ich einfach sagen es ist ein wahnsinnig taktisches spiel unglaublich das muss öfter auf den tisch dieses spiel ist der hammer jedes mal muss man wirklich sein sein gehirn anschränkt ein sein gehirn ich bin es ist schon spät es ist echt schon dunkel lange dunkel also das gehirn einschalten überlegen und vor allem warten bis der richtige zeitpunkt kommt um seine bäume abzusägen das macht eine menge aus ja dann haben wir eingepackt und dann sind wir fast fluchtartig abgehauen warum weil wir noch zweieinhalb stunden fahrtweg hatten und ich auch nicht wusste wie viele baustellen denn dann sind weil auf dem hinweg hatten wir zehn baustellen und ich rede nicht von zehn baustellen die mal 500 meter sind sondern kilometer weit sind dass es einfach ewig gedauert hat und richtig nervig war auf der rückfahrt hatten wir glaube ich drei damit kann man leben am abend in der nacht um 12 waren wir zu hause und nächsten tag arbeiten aber nichtsdestotrotz das war eine war ein wahnsinnig tolles wochenende und ich kann mich nur bedanken bei der bretter bude dass wir bei ihnen schlafen durften und ja acht spiele glaube ich ja acht spiele gespielt haben obwohl wir gedacht haben das war echt ganz schön wenig für ein ganzes wochenende ja was soll man sagen was ich sagen will ist wenn euch das video gefallen hat gebt mir einen daumen hoch oder ein abo oder beides beides geht auch und wenn ihr ein abo habt dann gebt mir einen daumen hoch geht auch und schreibt mir bitte unten rein was habt ihr die woche gespielt und was war vielleicht euer highlight womit ihr gar nicht gerechnet habt ja bis dahin bis nächste woche euer tico ja Untertitelung des ZDF, 2020